Bill Kaulitz, sein Herz schlägt für einen Kandidaten aus Team Shirin Bill Kaulitz kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Kandidat Danilo Dimm lässt sein Musikerherz höher schlagen. Freitagabend kämpften die letzten The Voice of Germany Talents um den Einzug in die Teamfights. Besonders Danilo Dimm und Moritz Steckenstein aus Team Shirin begeisterten mit ihrer Version von Take On Me. Da wurde besonders Bill Kaulitz grün vor Neid. Bill Kaulitz, ich konnte meine Augen nicht von Danilo lassen. Es war ganz toll. Ich kriege das Lachen gar nicht aus dem Gesicht. Es hat so viel Spaß gemacht. Das war eine richtige Performance, schwärmte ihr Kollege Bill. Besonders der ausgeflippte Danilo hat einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen. Ich muss natürlich zugeben, ich habe mich in den Auditions schon sehr geärgert, dass wir uns bei Danilo nicht umgedreht haben, gab der Tokio Hotelsänger zu. Heute kannte ich meine Augen auch nicht von Danilo lassen. Bei mir wärst du weiter. Das sah sein Coach Shirin genauso. Du bist wahnsinnig erfahren. Du weißt, wie du dich bewegst und deine Stimme kontrollierst. Der erste Ton bei dir sitzt, lobte sie den Brasilianer und schickte ihn in die nächste Runde. Für Moritz war dagegen Schluss. Doch er nahm's gelassen. Ich habe natürlich gehofft, dass beide weiterkommen, aber ich bin sowas von völlig fein damit, dass Danilo es geschafft hat. Mal sehen, wie sich Danilo in den Teamfight schlagen wird.